So, bevor das heutige Video losgeht, möchte ich nochmal kurz was loswerden, und zwar, ich bin ab jetzt dann auch im Urlaub. Das heißt, ich werde jetzt noch ein paar Videos heute vorproduzieren, also nicht wundern, wenn die nächsten paar Videos ein bisschen hektischer sind. Ich habe zwar grundsätzlich noch genug Zeit, allerdings möchte ich gerne nicht kurz vorm Urlaub noch das letzte Video feiert, ich hatte nur im Urlaub noch. Ähm, deswegen beeile ich mich jetzt einfach gerade ein bisschen, und ja, also nicht wundern, dass die nächsten Videos vielleicht ein bisschen chaotischer sind als andere. Und, ja, schaut gerne. Ja, ne, doch nicht. Ja, ähm, und ja, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Herzlich Willkommen zu diesem Video auf dem Kanal, und heute, ja, es gibt eine riesengroße Erinnerung bezüglich GraftMC, und zwar geht GraftMC komplett offline. Und zwar am 31.08.2020 um 20 Uhr findet der Abschluss-Live-Stream statt für GraftMC. Ich weiß aber zumindest schon mal, wie es für mich als Moderator weitergeht, aber ich werde auf jeden Fall GraftMC vermissen. Es war eine wunderbare Zeit bei GraftMC, bedanke ich mich auch mal erstmal die Heli-Belon und schön abholen. Ähm, auf jeden Fall war es ja eine wunderschöne Zeit, und wir spielen jetzt mal alle Spielmodus durch. Also, zuerst mal spielen wir jetzt Build-F-A, und zack. Ja, komm, dann kommt er gleich schon wieder an. Und kill, easy. Ähm, gut, erstmal den Levi-Admin ignorieren. Ähm. Hi, aber doch nicht, warum soll ich hi schreiben? Für die Leute, die sich fragen, warum es sich nicht jetzt ganz so passt, und zwar muss ich das Ganze nachsynchronisieren. Ähm, da mein Mikrofon irgendwie nicht aufgenommen hat, ähm. Schade, aber ich wollte die Aufnahmen nicht wegwerfen, weil inzwischen, es dürfen sie auch nicht warten, so bleiben. Und easy gekillt, Yamaha ist lost. Gehen wir schlafen, Developer, Megamax. Ach, scheiße, ist weg. So, dann hinten fliegt einfach ein Bilder, der tut anscheinend gerade supporten. Und, komm her, ey. Und jetzt, komm schon. Junge, ich krieg den, 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 perfekt. So, und jetzt golden die ja noch, und... Und... Ah, Glück gehabt. Ey, der war definitiv low. Maaan. Malo bei Ponder. Und die golden die ja. Jetzt, ah, fuck, daneben geschlagen. Und go. Schlagen, 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 schlagen. Perfekt kill. Und Megamax, komm her. Jawohl, noch bekommen. Und eh nur, wir gehen jetzt weiter zu Knock FFA. Mach mal schön ein Flash. Join me. Und mal gucken, ob jemand reinkommt. Schön noch in der Tabliste nachgucken. Noch keiner drin, ne? Oh, ja, Maas, das kommt rein, geil. Dann, ah, er kommt runter, dankeschön. Bam, kill, alter, easy. Läuft einfach runter. Und da ist er schon wieder. Hallo. Fuck, alter. Da ist der Korni jetzt schon auch da. Hallo, komm her. Und kill. Ey. Und. Jetzt hier langlaufen. Und lass mal runterlaufen. Na moin. So, schön nach hinten. Hallo, Lady Admin. Und kill. Glück gehabt. Der hat mich aber zurückgebustet. Schön mit der Angel ran. Und noch mal, schade. Darüber gebustet. Draufschlagen. Und. Ach, scheiße, tot, ey. Warum? Musste das sein? Ähm. Ich bin wieder tot. Komm, jetzt aber. Schön, ne. Sie laufen einfach runter. Wie traurig. Und. Komm schon. Schön hinten in der Angel. Oh. Pff. Was war das für ein Hit gerade eben? Der sah aber nicht ganz legit aus. So. Und er kommt wieder an und. Ich einfach mit der Hand schlägt und. Und runterlaufen. Ja moin. Das bin einfach ich. Schön gegen Jammer. Ist losgehen. Zack. Bam. Zack. Zack. Mal. Was? Der Typ ist. Ist mir nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der nämlich nicht hackt. Ich habe das Gefühl, dass der ein bisschen hackt. Weil. Der kriegt ein bisschen wenig Knockback. Würde ich mal sagen. Vielleicht. Vielleicht machen wir jetzt auch mal einen letzten Bann. Weil das wird das letzte Video sein, was ich auf Griffen Sie machen werde. Vielleicht werde ich genau heute in dem Video auch noch was bannen. Und. Komm schon. Komm schon. Ach man. Warum? Ey. Das ist doch so ein Müll. Und nochmal. Komm. Ey. Der kriegt mir real doch zu wenig Knockback. Was ist denn? Mr. Cody kann das besser analysieren. Aber der macht auch gerade gar nichts. Ich meine. Dieses Grabschirm ist ja bekannt für Unlegit Hits. Also. Dass man auch mal mehrfach Unlegit Hits reindrückt. Ich war auch mehrfach deswegen schon fast gebannt worden. Ähm. Ist nicht ganz so legit. Was da manchmal in Hits ankommt. Und. Aber der Typ ist mir. Ne. Ich glaube der hackt Jungs. Ein Glück, dass ich hier gerade einen Aufnahm mache. Kann ich hier nachher dann raus extrahieren. Dann habe ich noch meinen letzten Bun auf Graph MC. Oh. Ach man. Ey Jungs. Ich will den noch einmal killen. Ich würde sagen. Dann gehen wir weiter. Komm. Sprühe doch. Ey. Jetzt geht er auch noch offline. Ey. Offline AFK. Ey. Was ist das? Was? Ach. Vielleicht tut er gerade den Chippen. Spectaten. Ob der irgendwie hackt. Oh. What? Warum? Hä? Wieso schreibt mir ein Spieler. Der. Sehr sehr stark unter Hackverdacht steht. Äh. Wie man jemanden. Hacken tut. Äh. Bun tut. Und sind Reporten tut. WTF? Hä? Ich check's nicht, Leute. Komm her, Junge. Jawohl. Kill. Und Lobby. Wir gehen jetzt mal weiter zu. Ach. Rage Games. Ist gerade keiner online. Äh. Gehen wir mal rein. Slash. Die neuen. Me wieder. Mal gucken, ob jemand reinkommt. Da. 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 Ich kann auch mal bepundern in der msg einfach Kannst du Rage Games Ich brauche ein Video So Mal gucken, ob wir reinkommen Bei Pundra finde ich eh ein Erdmann Wir haben ja schon mal zusammen aufgenommen Das war der Typ, gegen den ich mit Edmund reingespielt habe Dieser Ehrenmann Das Geile ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Abschiedsvideo aufnehme Ist dieses andere Video noch gar nicht aufgenommen Ich spiele um den Admin-Rang Ich habe echt keinen Plan Ja, da kommt einfach keiner rein Junge, er will talk Ach egal, gehe ich lobby Irgendjemand Bock auf Block Wars Nur wird anscheinend noch keiner Block Wars gehen Also Ja Muss ich später einmal gucken Indem ich später nochmal einfach schaue Dann Ja So Ich bin jetzt einfach Einfach reingehangen in die Runde Ähm Golden Dia Und Kill Easy Und nochmal Und nochmal Geil Schneeball geworfen Weil die ja Wo bist du Rage Games ist halt mein Lieblingsspielmodi Spielmodi Genau Spielmodi auf dem Server Und Ey, ich bin da so gut drin Hallo Willst du denn Ich bin von 8 Spielen und dann sehen Da war einfach keiner Rage Games kommen Ist ja Schon traurig irgendwie Ja Wenn ich bedenke, dass Ah Ben ist da, geil Wenn ich bedenke, dass es das letzte Mal ist Dass ich hier Spiele Und kill Easy Junge Und dann ist er so ehrenlos Und läuft das halt einfach Man Junge Ehrenlos Ey So So, da ich jetzt keine Aufnahme gefunden habe Nehme ich jetzt einfach eine Äh Die ich davor schon aufgenommen habe Bisschen unfaires Teaming Und Deswegen verkacke ich auch Und zwar weil auch Edmund Markholz sich immer solche Spitzhacken holt Mit denen Den Obsidian Block knapp von 2 Sekunden abbauen kann Was eigentlich nicht möglich ist Ähm Bisschen unfair würde ich sagen Ja komm Alter, die geht zu zweit auf mich gehen Ja, guck mal, er baut den Instant ab Der hat sich wieder eine Spitzhacken mit der Fische 3000 gekostet Ja, guck mal, er baut den Jäger Ja, guck mal, er baut den Jäger Ja, guck mal, er baut den